Ja, der Toothripes und der Uzu hier. Hallo, wir sind wieder da. Wir hatten eine kleine Panne. Ja, irgendwie musste mein Rechner auch mal abkacken. Ja, Mann. Ja, die Wegen. Auf der Seite fliegt einen sinnlosen Tod zu. Wetter. Oh, hast du deinen Abbriss geschafft? Ja? Ja? Ja. Sehst du mich? Ja, natürlich. Du Hund. Du gerissener. Du gerissener Hund. Ja, es ist Bugfinding à la Arizon. Bitte sehr, sehen Sie da. Der Herr und die Damen. Ich kann ihn nicht sehen. So wartet wir, dass ihr bei die Smokings einkommt. Ja, schuldige. Aber es ist schön, dass wir jetzt wieder ein Wunderboden sind. Wenn er die Wunderboden ist. Versteckt der Demo. Dann hab ich euch. Damit ich durch den Schlagdauer gekommen habe. Ja, ich bin einfach gespuckt. Oh, krass. Na, wo ist das denn der kleine Arizon? Woher? Oh, das ist aber... Das ist nicht da oben. Ja! Ne, das ist nicht. Okay, die nächste Hit-Moll sind da. Ich habe es besser Krieger als euch in landgerechte Stücke gerissen. Nein. A XD spelwring ізiiiuiゅ Bkht. Alter viel zu geil echt jetzt. Viel zu geil. Viel zu geil. Habt ihr euer ganzes Geld für eure Waffen rausgeschmissen? Eine Lebensversicherung wäre besser gewesen. Alle zwei. Ihr wisst schon, dass sie euch hergeschickt haben, um zu sterben. Ähm, um Forschungsmaterial zu sammeln. Ach ja, ihr lieben Zuschauer, nur so nebenbei, diese Musik hier hört ihr von mir. Ei, hab ich selber hier gemacht, da, da, da. Nicht, dass ihr euch jetzt hier ein weglacht oder so. Vielleicht clone ich euch, damit ich euch immer wieder erfüllen kann. Versteckte Dämonen! Verwild, das ist, also ich finde das jetzt schon interessant, dass du den überhaupt gefunden hast, ne? Etwas ist hier, aber verhüllt. Aber du musst entscheiden, wann du weiterspielen willst, ne? Wir sind, äh, wenn wir 10, wir müssen 15, äh, schwer. Diese langsame Volker haben wir selber erschaffen. Weil ich muss ja alle Schwierigkeitsstufen, bis wir uns machen. Du rauchst jemand kugeln? Ich bin angeschossen! Ich hab schon länger das nicht mehr gemacht, doch. Aber ich bin mir eigentlich sicher. Wollen wir sofort zu dem Teil übergehen, bei dem wir alle mit über- Und danach, äh, äh, wenn wir das geschaffen haben, die Runde in 6 Jahren überhinden. Komm schon! Schau den Tod nie auf! Wir werden dasselbe wieder gekillingt haben, aber, äh, äh, heilig. Juhu! Ich muss ja auch Wellen überleben. Roni ist fast tot! Ja, dann habe ich ja auch noch mal Spaß an in 6 Jahren. Ich liebe in 6 Jahren. Diese Klone sind begrenzt, genau wie meine Geduld. Stell mich nicht auf die Probe! Stell ihn bitte auf die Probe, bitte, bitte. Ich habe Munition gefunden! So. Ich weiß, wer gleich arbeiten muss. Ich weiß, wer gleich einen Pferdekurs kriegt. Ich weiß, wer bei Lebendigen bleibt, bis wir gleich verbreiten. Vielleicht solltest du Rüstung kaufen. Die hilft dir, deine Innereien zu behalten. Aber ist doch... Ich schwimme regelrecht darin. Gesundheit, Menschheit, nochmal. Gesundheit, Menschheit, nochmal. Ich halte mich nicht zurück. Nur weil du deine Rüstung nicht reparierst. Sei still! Bälle 11! Halt! Werden wir verletzt? Uh, danke! Sie ist die Bemeldung der Junge zu treifen! Achtung, Sitz! Auf! Scheiße! Macht's euch nicht zu bequem. Die nächsten Sets warten schon. Glauben! Sets nicht mehr verhübt! Ja, siehst du ja. Sets auf! Sets erledigt! Sets nicht mehr verhübt! Wow, das ist knapp. Fucking close. Nein! Nein, 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 nein! Hilfe! Oh mein Gott! Oh, da hat er mich noch! Fuck! Too much playtime! Aber das war geil, Mann! Hahaha, ich wollte bei euch nicht jetzt gewahrt, wenn es schreckt! Sirene! Shit! Ja, und an alle da draußen, die mich jetzt hier hören können. Ich weiß nicht, wie ich das kenne. Ich weiß, äh... Hatte dran! Aufpassen! Versteckte Dämonen! Stopp! Noch ein Schlag für dich, Dämon! Gegrillter Dämon! Die Versorgungskapsel ist offen! Seid still und gebt eure Kohle aus! Dein Tod war echt witzig! Ich habe Munition gefunden! Sag mal, hast du einen Todeswunsch? Nein! Dann kauf dir eine Rüstung! Ich teile mein Geld! Hol dir eine ordentliche Ausdruck ein! Danke! Aber ich bin reicher als je zuvor! Sie sind direkt hinter dir! Naja, fast! Es gibt mehr zu bekämpfen! Ich brauche diesen Euromist nicht! Ja, Strassers Pack! Ich weiß nicht, was passiert, wenn der ein bisschen Schwung reinbringt! Ja, als Nazi kommt! Versuch mal das hier! Strassers, Eilatweiß! Achtung, ich muss nachladen! Achtung! Scheiße! 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 Korrig! Wque! War das zuijkert?! Sch幫 Du bist해 Trassers! Schießend! Schießen! Hehehehe! Dann ist er auch... ...durchschnittlich bei den... ...durchschnittlich! Hey, ich mach gleich jetzt mit dem... ...Fachschock, Schafer! ...ein bisschen... ...Gaschen! Tada! ...Okay, ich mach den... ...Ach... ...Ach... ...Stuffer von heute! Boah! Der ist dauernd. Kaffee. Alles! Das Team wird gelassen. Weltfrau! So riesig! Moment. Ich muss nach nach. So, wenn ich habe. Danke. Hoho, der ist dauernd. Oh, es hat mich echt wieder fressen bei euch vorne. Ich weiß jetzt, dass ich von mir dann, meinst du kriegst den Kill, das ist besser und wenn es geht. Super. Hat der sich gedacht, ich möchte da mit dem Sparschen? Ja, alles klar. Was ist das für meinen jetzt? Hat der sich dann mit dem Sparschen gerade. Zwei Sparschen. Schade, dass man sich vom Klapp nicht bringen kann, ne? Sieht sich gut an. Fällst du leider drüber. Haben wir so was? Oh, schade. Sieht nur so schön aus, was du willst, bringt aber nichts. Fleschtauskopf! Wuhuuu! Party! 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 Wie viel Uso macht eure gute Party aus? Nur einer. Aufpassen! Aufpassen! Strain! Teda! Aufpassen! 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 Also der Schaden bleibt ja selber auch in dem Nahkopf, das ist nicht langerichtig. Fast haben wir ihn erledigt! Aufpassen! Aufpassen! Besser! Bin aber schon ein bisschen ins Kripp. Konzentration! Ich habe dich verletzt! Geht zur Kapsel und kauft was! Nicht dass es was ausmacht! Ihr sterbt sowieso! Stirbt weiter! Ist ne sehr zielführende Strategie! Los ihr Idioten! Holt euch Waffen, Munition, all das Zeug, das euch am Leben halten soll! Mit der Rüstung kämpfst du weiter? Wirklich? Ich kämpfe neben seiner... Die Kapsel schließt sich jeden Moment! Ein paar Mark für dich, mein Freund! Jetzt bin ich ein reicher Mann! Gesundheitsüberprüfung der Einheit! Bälle 13! Hier ist Munition! Genau wie in einem Schützenloch! Geht die Hälfte! Geht die Hälfte! Was? Ist das ein Geist? Zielweltreich! Geht die Hälfte! Das ist gut! Mach schon, Strasse. Guck! Das ist gut! Das ist gut. Scraise! Ich schreibe dich! Kaisers! Und da, Rakin, Jungle. Ich habe den Kaisers. Sirene! Scheiße! Ja! Zettelini! Ich hab dich! Achtung, ich muss nachmachten! Nein, 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 nein! Zettmodus an! Bitte setz dich im Z-Modi! Nein!